Hallo und herzlich willkommen zurück zur fünften Folge von Rise of Insanity. Ja, am ersten dritten ist die Vollversion erschienen, also das fertige Produkt. Wir haben ja in den letzten vier Folgen nur die Early Access Version gespielt. Da sind wir am Ende, wenn ihr nochmal gucken wollt, ich werde euch das hier in dieser Infofunktion da von YouTube da verlinken, die letzte Folge, falls ihr euer Gedächtnis nochmal auffrischen wollt. Und am besten mache ich die ganze Playlist rein, falls ihr das überhaupt noch nicht gesehen habt, dann bitte nachholen. Da sind wir am Ende durch unser Haus gewandelt in Richtung einer offenen Tür. Und dann ist um uns rum alles zusammengebrochen. Und dann sind wir quasi in den Fußboden eingebrochen und nach unten ins Schwarze gefallen. Und dann stand plötzlich da, hier endet die Early Access Version. So, jetzt kam das neue Spiel raus. Ich habe gespielt bis, also ich habe quasi alles nochmal nachgespielt. Es hat sich grafisch ein bisschen was geändert, aber die Story an sich blieb gleich. So, und dann bin ich am Ende auch wieder durch dieses Haus gewackelt und bin runtergefallen. Und dann bin ich plötzlich hier gelandet. Da oben fliegen irgendwelche Krähen am Himmel. Ich drehe uns mal rum. Wir sind in irgendeiner Marshmallow-Welt. Es ist super hell hier. Ich glaube, oder ich hoffe, dass man das nachher auch auf YouTube alles erkennen kann. Ich versuche da mal auch noch ein bisschen Kontrast drauf zu legen, dass man das hier irgendwie wahrnehmen kann. Okay, wir haben einen, ja, so ein ganz klassisches Schachbrett-Mosaik-Muster. Und wie gesagt, ringsrum Marshmallows. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch geht und ob es sich lohnt, überhaupt eine Folge zu machen. Aber da der Entwickler so nett war und mich angeschrieben hat, hey, unser Spiel erscheint. Und wenn du noch einen Key brauchst, dann sag uns bitte Bescheid. Ich habe das Spiel ja schon gekauft, also habe ich dankend abgelehnt. Und das Spiel war auf jeden Fall, oder die Early-Access-Version war auf jeden Fall, also hat mich überzeugt, war super geil. Und deswegen ist es mir auch wert, das Spiel jetzt hier nochmal, oder euch zumindest, das Ende zu zeigen, wie es denn weitergeht. Okay. Ich bin im Übrigen immer noch ein bisschen erkältet. Also wenn ab und zu Hustpausen kommen, wie jetzt gleich, dann Entschuldigung, schon mal im Vorfeld. Kleinen Moment. Ich werde natürlich die ganzen Geräusche erstmal rausschneiden. Hurra. Okay. Da sehen wir in dieser Welt ein bisschen Mobiliar. Ah, guck mal. Das ist unser Anfangsschreibtisch. Spitze. Ja, Patient Edward. Erste Befragung, erste Diagnose, neue Therapie testen, auf das Ergebnis warten. Das kennen wir schon vom Anfang. Das ist quasi auch derselbe Schreibtisch. Ich glaube, dieser Käfig hier ist neu. Der war dann noch ein bisschen vollgekramter. Ich hätte mir vielleicht das vorher nochmal angucken sollen, weil ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch, was diese Erinnerung da betrifft. Das Spiel kostet im Übrigen 9,99 Euro auf Steam. Wer es selber spielen möchte, kann ich unbedingt jedem empfehlen. Es macht echt Spaß. Theodor ist ein sehr talentiertes Kind. Er ist sehr ruhig und zeigt den Charakter eines Träumers. Das Einzige, was mich irritiert, ist der Schatten eines Kindes, der oft in seinen Zeichnungen vorkommt. Aber wahrscheinlich ist es nur eine Figur aus einem Comic oder so. Nichts Gefährliches. Stimmt, wir haben hier Bilder gefunden. Huch. Von dem Jungen. Und da war immer so ein komischer, komischer Schatten hier. Komischer, komischer. Doppelt hält besser. So ein komischer Schatten auf den Zeichnungen. Und was diese Figur mit diesem Kräenschnabel da bedeuten soll, ist mir bis jetzt noch ein Rätsel. Es geht ja irgendwie auch um Krähen. Aber ich lasse mich gern... Oder ich lasse es mir gern erklären. Wo liegt die Grenze zwischen der Realität und dem Traum? Das ist unser Leben? Ist es der Träumer oder die Träume, die er träumt? Sag mir, liebe Susan, was würdest du tun, wenn du nicht schlafen könntest? Würdest du den Traum kontrollieren, der nicht einfach zu dir kommt, sondern dich heimsucht? Eddie. So, gucken, dass ich hier die richtigen Tasten drücke. Da liegt noch was. 17.08.73. Teddys dritter Geburtstag war toll. Wir haben im Garten gefeiert. Alles, was wir aßen, wurde aus Früchten gemacht, die wir dort angepflanzt hatten. Das Einzige, was mich besorgt hat, war, dass Steven großes Interesse an Teddys mentale Entwicklung zu haben schien. Er ist erst drei und sein Vater zwingt ihn, lesen zu lernen. Ich muss mal ernsthaft mit ihm darüber sprechen. Okay. Ah, hier ist das Ende. Da sehen wir eine Brücke. Alter! Alter! Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht gleich vorbei. Das wäre ziemlich ernüchternd für das, was da noch an Contents hinzugekommen wäre. Okay. Es zieht sich in die Länge. Hä? Okay. Cool. Ah, guck mal, ein Entchen. Ah, das stimmt. Das war ja so ein Sammelding. Ähm. Ach, hier. Merkwürdig, merkwürdig. Okay. 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 Boah, ist das laut. So. Wir sind wieder in unserem Haus zurück. Draußen schüttet es. Steven, kann ich in die Räume gehen? Mach mal. Oh, jetzt könnt ihr auch noch mal die Grafik vergleichen. So. Oh. Eine Krähe auf einer Schippe, die im Boden steckt. Gucken wir uns noch mal hier in der Küche um, ob es da irgendwie was Neues gibt. Da liegt ein Messerchen. Die schönen Blumen. Oh. Yummy on toasted pastries. Das ist aber wie Kekse. Mhm. Mhm. Schöne Küche. So. Hier um die Ecke stand das Telefon. Hier sind noch ein paar Bilder. Okay. Ach, guck mal. Hier war doch alles abgesperrt. Irgendwie. Da war doch überall dieses Police Line Do Not Cross oder so. Okay. Ja. Oh, kurz Husten. Moment. Moment. Meine Güte. So ein Husten kann schon echt derbe auf den Sack gehen. So. Kaputte Spiegel und was zum Lesen. 5.4.75. Ich habe keine... Kenne ich das schon? Ich habe keine Zeit, mich um den Garten zu kümmern. Ich habe Steven gebeten, mir zu helfen oder jemanden einzustellen, der helfen kann. Zumindest kann er das tun. Das ist alles, was ich erwarten kann. 6.4. Ich habe genug von Stevens verrückten Versuchen, ein Genie aus unserem Kind zu machen. Steven übertreibt. Ihn ins Krankenhaus zu bringen und dort irgendwelche Methoden an ihm auszuprobieren, ist eine kranke Marotte. Ich glaube, dass diese Ehe ein großer Fehler war. Ich werde Teddy zu seiner Großmutter bringen. Vielleicht kann er dort eine Pause von seinem Vater bekommen. Jetzt überlege ich bloß gerade, wen spielten wir nochmal. Ja, man merkt, ich habe mich wieder super vorbereitet. Ah, okay. Aber schön, hier nochmal in diesem Haus zu sehen. Das war gut. Genau. Und hier, hier, wenn ihr euch erinnert, ist... Hier ist alles eingestürzt und wir sind da hinten quasi... Oh. Da hinten quasi sind wir durch die Tür. Oh, das ist die Haupttür. Da brauchen wir nicht lang. Hier war alles... Handtuch aus dem... Ja, okay. Ich guck mal, ich bin gleich da, ja? So, hier im Kinderzimmer waren wir auch. Okay, die Kiste ist zu. So, und hier? Entschuldigt. Ich konnte jetzt nicht mehr länger warten mit dem Aufnehmen. Da müsste er jetzt mit mir durch. Äh, genau. Auf diese Tür sind wir zugelaufen und dann sind wir hier runtergefallen und dann war die... Das erste Let's Play quasi vorbei. Und hier geht es jetzt weiter. So, das Telefon hat ständig hier bimmelt. Alle Spiegel sind hier kaputt. So, hier ging es in den Keller, wo wir die Sicherung... Genau, wo wir die Sicherung gefunden haben. Äh, Bedroom hat er... Ah ja, Bedroom war ja hier drüben. Nach oben kommen wir gar nicht. Sie hat ein Handtuch vergessen. Handtuch vom Bedroom. Äh. Aber hier ist kein Handtuch im Bedroom. Ach doch, guck mal hier. Da. Okay. Zum Glück muss ich mich nicht mit diesem Waschlappen abtrocknen. Hallo. So, nicht, dass kalte Luft reinkommt. Ich habe dein Handtuch, Schatz. Hier. 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 Ich komme nicht aufs Klo. Ich bin in einer Zwickmühle, was unsere Beziehung angeht. Steven ist mein Arbeitgeber und ich schulde ihm eine Menge. Aber ich weiß, hier geht es nicht um die Unterhaltung in Briefen. Treffen wir uns in zwei Tagen am üblichen Ort im Garten. Es ist schon wieder der Gärtner. Okay. Okay. Die Tür ist already opened. Ich bin zu Telefon rings. Ich komme nicht nach oben. Wer nennt seinen Sohn denn bitte Teddy? Oh, guck mal. Teddy hat einen neuen Teddy. Ah, unser Anfangsbü- Warum ist denn die Maus plötzlich so schnell? Ah ja, jetzt geht es wieder. Hä? So. Ja. Da steht der Müll einmal vor. Eine Tasse Kaffee. Da liegen noch ein paar Akten. Ein hochmodernes Radio. Aber wir sind ja in einer... Was war das? 1800 irgendwas? Guck mal hier, ein Briefchen. Lieber Abraham. Vielen Dank, dass du mir den Bericht über einen IQ-Test bei Kindern von Alfred... Binet... geschickt hast. Dank diesem Bericht kam mir eine tolle Idee. Ich werde dir jetzt nicht die Einzelheiten verraten, weil ich es nicht beschreiben... beschreiben will. Aber sie hängt mit der Erhöhung eines IQs von sehr jungen Kindern, die am Anfang ihrer geistigen Entwicklung stehen, zusammen. Das wird revolutionär. Stell dir nur vor, dass die intellektuelle Elite so früh entwickelt und gefördert werden, um unsere Welt und die Wissenschaft voranzutreiben. Die Menschheit könnte diese enormen Entwicklungswachstum miterleben. Dank meiner Forschung. Liebe Grüße, Steven. Ah, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Sie may look clean, but... Pickups, good-time girls, prostitutes. Spread syphilis and gonorrhoe. You can't beat the axes if you get... V.D. Okay. Ja, genau. Husten. Es tut mir leid. So, hier haben wir diesen komischen Geheimcode damals bekommen. Igitt, wie man hier ein Auge seziert oder so. Irgendwelche Akten. Hier ist eine leere Schublade. Den Code unten für dieses Zahlenschloss in diesem schönen, ähm, dieser Leichenhalle da. So, da sind wir nicht reingekommen. Hier stand auch noch eine, eine, eine Bahre mit irgendjemandem drauf und Fliegengeräusche hat man gehört. Das sind nicht die Klos. Die Kiste ist zu. Ah, ja. Teddy ist überhaupt kein Name. Teddy ist ein Spitzname von Theodor. So, Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. So, ein Videoprojektor und da... Oh Gottchen. Oh, ein kleines Babybett. Okay, uns fehlt dann noch ein Filmchen. Wir lassen mal das Licht an. Vielleicht haben wir ja Glück und die Birne ist nachher durchgebrannt. Okay, wir müssen eine Filmrolle finden. Da ist dieser schöne Fahrstuhl. Der hoffentlich nicht mehr seine Tage hat. So, Fahrstuhlzeit nutze ich mal schnell zum Husten. Mann, ist mir das blöd. Und wir sind wieder unten in der... Oh, fuck. Bin ich jetzt tot? Habt ihr seht, die Ketten von den Türen waren weg. Ach du heier Strohsack. Bin ich jetzt gestorben? Ne, bin ich nicht. Die... Dings Tür ist zu. Okay. So, hier. Ach mal, jetzt komme ich an den Schrank ran. Oder da kam ich vorher auch schon ran. Alter, ich habe so eine Gänsehaut, ja. Hä, da stecken noch zwei Filmrollen. Ach ne. Doch, ihn ist voll? Verstehe ich nicht. Warum kann ich das anmachen? Okay, ich bin gestorben. Das hier nur das Gleiche. Das heißt, ich werde jetzt mal die Beine in die Hand nehmen und bis zum Ende rennen. Bevor mich diese schwarze Suppe da erwischt. Ah, da habe ich eine Gänsehaut. Meine Fresse. Ach, guck mal, da ist dieses komische... Ja, ja, ja. Das war damals im Garten, was auch gesehen hat. Diese wabbelnde Masse. Wenn du da rennierst, dann... Tot. Aber ich sehe gerade, es ist ein schöner Moment, die Folge hier zu beenden. Okay. Ich bedanke mich für das Dabeisein in Folge Nummer 5. Ich hoffe, ihr habt das davor auch schon gesehen. Und dann sehen wir uns in Folge Nummer 6 wieder. Wenn es jetzt nicht mehr allzu lange gehen sollte, was ich leider nicht weiß, dann kommt jetzt gleich im Anschluss, so wie es weitergeht. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oder bis zur nächsten Folge. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao. I would like to enclose the report about my client's insanity to the evidence. Could you tell us about the relation that was between you and Mrs. Susan Dow? Guilty, guilty! What a weird case. I think sometimes that I'm messed up. You shouldn't be there. A family's tragedy. A mother and child were murdered. Weird case. Weird. A weird case. So, can we continue? Great. Weird case only. Experimental methods. Only experimental. Honey, wouldn't you get the towel from the bedroom? burdens control over you. Hoh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020